Es tötet alles in seinem Weg. Unglaublich hasselnd. So, wir müssen diese ganzen Hebel betätigen. Geh mir weg, bitte, ich hasse dich. Ich hasse dich. Ich hasse dich. Ja, es geht mir beschissen. Ja, es ist wegen dir. Doch davon willst du nichts wissen. Sonst wärst du sicherlich hier. Hier bei mir. Ähm, ja, das war von Farnolab Racing Team. Okay. Waren das jetzt alle? Ich glaube nicht. Was? Nein. Leg dich neben mir. Da ist es. Das Spielfragment. Da oben. Seht ihr, wie ist es? Das Spielfragment wegen der Haro-Tesla-Technologie ist hier. Ich, äh, keine Ahnung. Ich weiß ein bisschen was über die Tesla-Technologie, aber dieser Ort hier ist mir ein Rätsel. Puh. Dieses Viech. Nervt uns. Das will. Was hast du getan? Du bringst uns noch beide um. Das muss das Extremement sein, dass vor 50 Jahren die Wissenschaftler ins Nirwane geschickt hat. Du musst das Artifakt aus dem Kristianisationspunkt ziehen, bevor es wieder geschieht. Ach Gott, jetzt. Hol's doch raus. Ja, toll. Mann. Deswegen hasse ich es so derbe. Ich hasse es, ehrlich. Mann. Das ist so richtig Frust. Das ist nichts anderes als Frust. Das mit Rockland, das fand ich ja noch irgendwie lustig, aber... Das ist einfach nur eine Scheiße. Verzeih mir diesen Kraftausdruck. Warum machst du nicht das, was ich will, Lara? Danke. Du hattest nur Glück. Ist dir das klar? Glück und Können, mein Freund. Hat Alistair was über die Karte rausgefunden? Bin zurück. Du wirst es nicht glauben, wenn ich dir sage, wohin sie führt. Im Augenblick glaube ich, ehrlich gesagt, so ziemlich alles. Cornwall. Moment. Meinst du etwa unser Cornwall, Alistair? Das und kein anderes. Gut. Mal sehen, wer als erster da ist. So, das war Kasachstan. Über eine Stunde haben wir es für diesen Scheiß gebraucht. Ja. Ich bin froh, dass ich es jetzt durch habe. Ähm, ja. Wie gesagt, es ist... Der Endkampf ist nicht mal schwer. Das ist ein... Aber... Ich kann euch nicht sagen, warum ich es hasse. Ich hasse es einfach. Aber nun froh locker und jauchzen wir, denn voraus liegt mein absolutes Lieblingslevel. England. Ich meine, ich habe euch ja schon in Peru gesagt, dass ich König Arthus sage, wirklich über alles Liebe. Ähm, ihr werdet dann schon sehen, warum ich England irgendwie so mag. Aber England hat irgendwie was Mystisches, irgendwie was Geheimnisvolles. Ich mag es einfach. Ich mag es einfach. Es ist einfach toll. Und ja, wir haben einen sehr interessanten Endgegner und ich hoffe auf jeden Fall, dass ihr dabei seid, wenn es heißt England. Also, bis zum nächsten Mal.